Musik 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 Volker und Volker Volker und Volker, VV Musik 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 Ein Bein Wow Musik 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 Luki Luki machen, hallo! Hallo! Oh, thank you! Thank you! Ah, thank you! Thank you! Oh, thank you! Oh, thank you! Oh, thank you! Baby, I'm turning out of the window, and Waiting for you Your rules take your time, baby Lay it through I was caught by too late The marks on the wall do I have no doom and certo your heart All right, almost gotta make I can't do quite anything I am laughing about how can I begin to I'm leaving in my alley I am leaving I am raising Musik 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 Morgen, was gibt's zu berichten? Schöne Feuerwerk? Ja Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, fettes Teil hier. Und noch ein bisschen Soße für obendrauf. Lecker reichdruckerisch. Ja, auf dem achten Platz, Henrik im Tandem. So, dann kommen wir mal zu den Podiumsplätzen des heutigen Tages, ne? Auf dem dritten Platz. Jako ist 3. Zweiter Platz, in Wirklichkeit, ist der Ingo. Und dann ist der Platz 1, der geht an Jost. Und die Nummer 8, da wird jetzt alle Dämme brechen. Auf Platz 8, Burkhard Schmöcker! Jetzt läuft mir Wasser im Mund zusammen, weil wenn ich Platz 3 vorlese, denke ich an Matthias Heimann! Platz 2, leider glaube ich nicht mehr hier, ist der Julian Dieters von Hohenreich. Kommen wir zum Platz 1 des heutigen Wochenendes. Christopher Dörr! Hohenreich! Wow! Kann's das austun nachher? Ich kann nicht, Junge. Ich kann nicht tun wollen. Mein Sieger-Fotor, bitte. Wuhu! Wuhu! Juhu! Wuhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020